Aber ich liebe einfach die Eifel. Ich finde es einfach, also das ganze Leben, was man hier führt, bietet einfach so viel mehr, als es in der Stadt jemals könnte. Diese Freiheit, die man hier hat, also ich nehme mein Pferd, reite aus, einfach von hier aus, vom Hof aus, kilometerweit und treffe unter Umständen noch nicht mal Menschen. Ich sehe quasi mehr Tiere unterwegs, irgendwie Rehe oder sowas als Menschen manchmal. Mit dem Hund spazieren gehen, einfach loslaufen, kilometerweit, das ist einfach für mich ein Stückchen Freiheit. Mein Name ist Verena Merfort. Ich bin gebürtig aus der Kölner Ecke, aus Wesseling, um genau zu sein. Ich habe die Kindheit als sehr schön erlebt da, aber trotzdem hat mich das immer fasziniert, dieses ländliche Leben einfach. Und vor allen Dingen, weil ich schon immer auch Tiere hatte und viel mit Tieren zu tun hatte, mein ganzes Leben lang immer schon geritten bin, Hunde hatte und damit einfach groß geworden bin, war das schon immer so ein bisschen mein Traum, wie so in den alten Immenhof-Filmen, vielleicht kennst du die ja auch oder kennt die der eine oder andere, einfach zu leben und so mit den Tieren zusammen an einem Ort. Und das geht halt im städtischen Bereich gar nicht. Ich wollte immer Tiermedizin studieren. Das ist leider nichts geworden, weil mein Abi super schlecht war. Habe dann versucht, noch über Wartesemester einen Studienplatz zu bekommen und bis ich die gesammelt hätte, hatte sich mein Leben schon so umentwickelt, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin. Also ich hatte dann schon einen Mann, ein Kind. Habe dann meinen Tierheilpraktiker gemacht. Am Anfang so als Ersatz für die Tiermedizin, weil das eigentlich immer so meins war. Und habe dann gemerkt, dass ich da noch viel mehr drinne aufgehe, als jetzt in dem medizinischen Teil. Habe gemerkt, dass mich diese ganze Naturheilkunde tatsächlich, das Heilen durch die Natur, durch Sachen, die halt in der Natur wirklich entstanden sind, noch viel mehr fasziniert. Und habe mich dann da auch weiter fortgebildet und noch verschiedene andere Zusatzkurse, neben dem Tierheilpraktiker, Akupunktur und teilweise auch phytotherapeutische Ausbildungen weiter belegt. War dann lange mobil unterwegs als Tierheilpraktikerin und habe gemerkt, dass man gerade bei Pferden haltungsbedingt an Grenzen kommt. Einfach was die Versorgung betrifft. Also oft ist ja in den Ställen bei den Pferden jetzt vorgegeben, wie die gefüttert werden, wie die gehalten werden, wie viel Freilauf die haben. Oder halt auch eben leider oft noch der Fall, dass die halt sehr, sehr viel in Boxen gehalten werden. Und das ist halt meiner Meinung nach gesundheitlich nicht förderlich. Und da bin ich halt immer wieder mit meinen Behandlungen an Grenzen gekommen, weil ich keinen Einfluss auf diese Haltung und Fütterung halt eben hatte. Und habe dann halt irgendwann gesagt, das mache ich jetzt selber. Ich mache selber einen Stall auf und halte die Pferde bei mir am Haus, dass ich halt eben entscheiden kann, welche Haltung und Fütterung für dieses Pferd individuell am besten ist. Man kann nie sagen, jedes Pferd gehört in einen Offenstall, so wie es hier jetzt ist. Oder ein Pferd kann nur in eine Box. Man muss wirklich immer gucken, wo fühlt sich das Pferd am wohlsten und wo werde ich den individuellen Bedürfnissen am meisten gerecht. Genau, und dann haben wir halt irgendwann echt entschieden, den Schritt zu gehen und zu sagen, wir kaufen, wir suchen einen Hof und haben dann zwei Jahre lang gesucht, tatsächlich, um irgendwas zu finden, was halt, man braucht ja viel Platz, viel zusammenhängende Flächen, seine Ruhe, sowohl, dass wir keinen mit unseren Tieren hier stören, als auch, dass uns keiner stört. Und haben dann irgendwann halt glücklicherweise diesen Hof hier gefunden, an dem es auch sehr, sehr viele Interessenten gibt oder gab damals. Und wo ich bis heute super, super dankbar bin, dass der damalige Verkäufer sozusagen auf uns gewartet hat, weil er halt auch unsere Idee und alles so toll fand, dass er dann den Hof letzten Endes an uns verkauft hat. Und auch wirklich genau so, wie es jetzt ist, wollte ich das immer haben, dass wir halt eben einfach den Rentnerpferden, die einfach eine lange Zeit ihren Besitzern treue Dienste geleistet haben, dass man denen einfach hier wirklich ein Leben bietet, was denen gerecht wird. Ja, Lieblingsziel auf jeden Fall. Das war schon so immer das, wo wir hinwollten. Wir hatten immer so als grobe Ecke gesagt, so eine Stunde von Köln, damit man halt doch noch die Anbindung an die Familie in irgendeiner Form hat. Jetzt plus minus paar Minuten, aber so ganz grob. Und da sind wir ja hier wirklich ziemlich genau an der Grenze. Also eine Stunde wird schon sportlich bis nach Köln, aber es schafft, es zu schaffen. Also es geht noch von der Entfernung. Und einfach von der Landschaft her, das Bergische wäre noch in Frage gekommen, aber es ist mir zu schroff dann die Hügel. Also ich finde es hier, das ist so schön, so eine schöne, gemütliche Hügellandschaft. Natürlich gibt es total viele Vorurteile. So als Städter hört man immer, oh, die Eifler. Muss ich ganz ehrlich sagen, gab es auch bei uns so, dass man uns mehr oder weniger fast gewarnt hat. Das wird schwer. Ich muss auch sagen, dass ich anfangs vielleicht sogar so ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir sind halt am Anfang mit unseren zwei Ponys hingekommen, mit unseren paar Ziegen, mit unseren Hunden. Aber wir hatten halt noch nicht so viele Pferde und wir waren. Und dann ist, glaube ich, schon erst mal so ein bisschen Misstrauen da. So im Allgemeinen schaffen die das. Oh, mal gucken, was haben die denn vor. Also schon so ein bisschen Skepsis unseren Vorhaben gegenüber. Aber wir wurden super, super gut aufgenommen. Also ich kann überhaupt nicht bestätigen diese ganzen Vorurteile. Im Gegenteil eigentlich sogar. Es waren immer total viele hilfsbereite Menschen um einen rum. Überhaupt nicht distanziert oder irgendwas. Also total herzlich und nett. Ich zumindest früher bin immer, wenn ich irgendwo von irgendwo wieder kam, noch schnell irgendwo was einkaufen gegangen und gefühlt immer. Also man hatte ja immer die Möglichkeit, man kam ja eh immer an irgendeinem Geschäft vorbei und ist immer noch schnell reingesprungen, hat das noch gekauft, das noch gekauft. Also allein was das Einkaufen jetzt betrifft. Und hier organisiert man sich halt anders und geht halt einmal die Woche einkaufen. Wobei es jetzt auch, also der nächste große Rewe ist irgendwie fünf Kilometer. Also es ist auch keine Riesenentfernung. Aber das entspannt mich persönlich, dass einfach ich einmal die Woche einkaufen gehe, meinen Großeinkauf mache und dann den Rest der Woche das einfach aus dem Kopf habe. Und nicht noch schnell das und noch schnell das, sondern einfach das Ganze so ein bisschen besser plane. Und mit der Schule, also die Schule ist vier Kilometer von hier. Ich denke mal, dass man in der Stadt genauso sich ins Auto setzt und sein Kind zur Schule fährt. Vielleicht sogar noch eher als hier. Hier gibt es halt auch Schulbusse und also das fand ich hier das größte Erlebnis überhaupt, dass halt das Kind auch zum Kindergarten schon von einem Bus abgeholt wird mit einer unfassbar lieben Busfahrerin. Es gibt eine WhatsApp-Busgruppe, wo man über alles informiert wird, was da einfach passiert. Gut, die Busfahrerin war jetzt auch noch besonders, besonders. Die hat halt auch noch Musik irgendwie morgens im Bus für die Kinder angemacht. Also das war einfach, die war keine Busfahrerin, die war einfach ein Erlebnis und eine Erinnerung. Dieses Erlebnis, das hat man, glaube ich, in der Stadt gar nicht. Also hier konnte ich mein Kind auch im Kindergarten schon guten Gewissens in einen fremden Bus setzen und ich wusste, die kommt gut an und die kommt gut nach Hause. Da brauchte ich mir keine Sorgen machen. Also Kerpen war tatsächlich natürlich, was die Auswahl angeht, ein Zufall, dass der Hof hier halt lag. Und dann haben wir uns erst im Nachgang sozusagen mit dem Ort an sich beschäftigt und waren halt einfach begeistert, wie schön der ist. Als wir das erste Mal da durchspaziert sind, weiß ich noch, das war mit dem Verkäufer von dem Hof hier. Der hat uns das dann einmal auch so ein bisschen gezeigt und hat mir auch das Elternhaus gezeigt, wo er früher gelebt hat. Und das war schon auch so ein Gänsehaut-Moment, weil man ist halt durch dieses Örtchen gegangen und mit der Burg, die da oben so vor sich thront und einfach super schnuckliges Eifeldörfchen und hat halt, wie du sagst, den Bäcker, hat ganz viele Sachen, die nicht jedes Eifeldörfchen hat und haben uns auch sofort in diesen Ort einfach verliebt, weil der einfach ganz, ganz, ganz schick ist. So sehr ich das alles hier liebe, gibt es auch Tage, wo ich einfach mal gerne kein Tier hätte und wirklich kein einziges, aber trotzdem, dann am nächsten Tag passiert wieder irgendwas, irgendein Moment mit den Tieren, der einem dann so viel gibt, dass man das auch ganz schnell wieder vergisst. Und klar, es ist ein 24-Stunden-Job, aber wir haben mittlerweile halt auch den Luxus, dass wir einen Mitarbeiter haben, der sehr viel für uns übernimmt und erledigt. Immer Samstag, Sonntag ist unsere Hauptarbeitszeit, weil da auch die meisten Pferdebesitzer ihre Pferde besuchen kommen und dann möchte ich einfach auch da sein und ansprechbar sein, ansprechpartner sein, wenn irgendwas ist. Genau, aber unter der Woche ist dann hier auch weniger los und es kehrt ein bisschen Ruhe ein. Also dann ist der Mitarbeiter da und kümmert sich halt um viel auch mit, sodass ich dann auch ein bisschen mehr Zeit für Familie und Kinder unter der Woche habe. Von den Pferden her größer werden, also von der Anzahl der Pferde möchte ich nicht, weil ich finde, dass man ab einer gewissen Anzahl an Pferden nicht mehr diese individuelle Betreuung bieten kann. Dann geht einfach in der Menge das Einzelne verloren und das möchte ich auf gar keinen Fall. Wenn noch ein Standbein dazu kommt, dann vielleicht so echt Ferienhäuser, weil ich es einfach Menschen auch näher bringen möchte, dieses Leben zu leben mit den Tieren und denen einfach das auch ermöglichen will. Also die meisten Leute, die aus der Stadt auch ihr Pferd hier besuchen kommen, die sagen wirklich, also so ist ein Feedback, was ich wirklich auch bekommen habe. Ich mache die Autotür auf und aller Stress fällt irgendwie ab, weil hier einfach auch die vielen Tiere, die wir hier haben, so harmonisch miteinander leben. Hier laufen einfach die Katzen neben den Entenküken rum und hier sind einfach so viele schöne Szenen am Tag, die so viel einem geben und das bringt, glaube ich, ganz vielen Leuten, die so Stress im Alltag haben, auch ganz viel Ruhe, so innerliche Ruhe. Ich fahre halt gerne auch einfach nochmal in die Stadt, um da einfach das Stadtleben mitzukriegen und wirklich Sachen zu unternehmen, die hier jetzt nicht so sind. Aber ich freue mich halt auch immer wieder, wenn ich dann über die Autobahn fahre und lese Parkplatz Grüner Winkel, das ist für mich immer so der Wendepunkt, wo man dann so die, da fährt man echt über so einen Hügel und sieht so die Eifellandschaft und jedes Mal, wenn ich in der Stadt war und da irgendwas gemacht habe, was ich hier vielleicht in irgendeiner Form vermisse, freue ich mich, dass ich wieder hierhin zurückfahre, weil hier einfach für mich so eine kleine heile Welt noch irgendwie besteht.